Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, da oben gleich erstmal das rechtliche steht Dauerwerbesendung, weil ich mache hier jetzt Werbung für ein Buch, das ich bekommen habe als Rezensionsexemplar vom Verlag als E-Book, aber das hier ist wirklich nur meine Meinung. Ihr werdet sehen, es ist ein Drei-Sterne-Buch geworden. Na, das ist also jetzt nicht, wow, ihr wisst, was ich damit meine. Unten in der Infobox findet ihr alle Links, das ist zum Amazon-Partner-Programm, das heißt, wenn ihr über diese Links einkauft, bekommen wir Prozente. So, und dann ist das rechtliche alles geklärt und fangen wir an mit der Buchvorstellung, die ich jetzt ein bisschen abändere. Einfach, weil, ja, ich gedacht habe in den letzten, ich habe euch einfach so viel über das Buch erzählt, ich fand, da war viel zu wenig noch für euch zu entdecken, also mache ich es jetzt ein bisschen anders. Lass mal gucken, ob mir und euch das dann gefällt. So, also, ich stelle euch jetzt diesen Roman vor, ich denke, ich habe ihn hier schon die ganze Zeit eingeblendet. Es sind Glückstage auf dem Mühlenhof und, ja, worum geht es in diesem Buch? Es geht um Charlie. Charlie macht sich auf, um ihre Schwester zu besuchen, die ist nämlich aufs platte Land, nein, so platt ist es nicht, aber sie ist aufs Land gezogen. Und, ähm, dort hat sie einen kleinen Hof sich gekauft, sie hat, äh, Pferde, äh, Pony, sie hat, äh, Hunde, Hühner und vor allen Dingen, sie hat vier Kinder und ist hochschwanger. So, und diese Schwangerschaft ist nicht ganz unkompliziert, das heißt, sie muss liegen. Aber keine Sorge, kein Drama in diesem Buch. Also, ihre Schwester Belle muss liegen und ihr Ehemann muss jetzt auf Geschäftsreise und genau aus diesem Grund geht Charlie hin, um zu helfen. So, ähm, da ist nicht nur der Alltag, der stresst, wegen diesen ganzen neuen Aufgaben, die auf Charlie hin, äh, jetzt zurutschen, sondern da ist auch noch ein sehr grummeliger Nachbar. Und sie ist auf den ein bisschen angewiesen, weil sie muss, ist Fotografin für, ähm, die Pooldance. Also sie hat sich für diese, ja, Pooldance-Leute spezialisiert. Sie fotografiert halt diese Sportlerin und, ja, es ist nicht, ähm, so leicht, weil kein Internet da ist, ihre Bilder zu bearbeiten und dann zu den Kunden zu liefern. Also ist sie auf Internet angewiesen und deren grummelige Nachbar hat das Internet. Aber wie gesagt, er ist ganz schön grummelig. Ja, das ist die Grundstory. Ihr habt einen netten Liebesroman, ihr habt Wohlfühlklima. Mir hat er nicht ganz so gut gefallen. Er hat von mir nur drei Sterne bekommen. Aber lasst euch deswegen nicht davon abhalten. Das ist absolut persönliches Empfinden. Wenn der, äh, der, also der Roman ist auf Humor aufgebaut. Das ist so dieses, es gibt ein Kind, das heißt zum Beispiel, wird nur Terror-Tilly genannt, weil sie wirklich einen auf den Keks geht. Ich fand das Kind nicht lustig, sondern nervtötend. Ähm, und sehr ungezogen. Ich wollte das nicht in der Nähe haben. Das ist einfach, ähm, ja, sie soll Humor reinbringen. Es sind Worte, die, die dieses Kind auch zum Beispiel benutzt oder, äh, die, die halt immer wieder eine humorige Note reinbringen sollen. Es ist einfach nicht mein Humor. Das ganze Buch baut halt auf Humor auf. Es ist nicht meiner. Und damit ist das schon nicht mein Buch. Ähm, was eigentlich schade ist, weil ihr wisst, es ist Bauernhof, Idylle und, ähm, Pferde und so weiter. Aber von den Pferden kriegt ihr nicht viel mit. Das Pony büxt einmal aus, aber es ist jetzt nicht so das, was ich ja liebe bei dieser Kulisse, so mit langen Ausritten oder so. Es wird mal spazieren gegangen, aber dieses, äh, dieses richtige Landfeeling kam bei mir nicht wirklich auf bei diesem Buch, obwohl es sehr atmosphärisch geschrieben ist. Aber es waren halt nicht die Momente, die ich gerne beim Landleben lese. Versteht ihr, was ich meine? Und das große, der große Knackpunkt bei mir, warum ich mit dem Buch nicht klarkam, war erstens, dass ich mich die ganze Zeit nur gefragt habe, wer macht das? Bei vier Kindern hochschwanger zu sagen, ich nehme mir einen Hof, ich nehme mir die ganzen vielen Tiere. Und das bei einem, mit einem Mann zusammen, der öfter wahrscheinlich mal auf Geschäftsreise für ein paar Wochen muss. Ähm, komplett Überforderung. Das ist meiner Meinung nach nicht zu schaffen für einen Menschen. Da braucht man ganz, ganz viel Hilfe. Und wenn diese Hilfe nicht da ist, hat man ein Problem. Das war für mich so ein kleiner Logikpunkt. Und das andere war, keiner der Charaktere war mir wirklich sympathisch. Wisst ihr, das ist ein Liebesroman. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr, um diese Spannung zu empfinden, dass ihr mit diesen Leuten mitfühlen könnt. Aber weder Charlie noch Luca, der grummelige Nachbar, sind mir ans Herz gewachsen. Auch nicht Miriam, die eine kleine Cupcake-Keria hat. Nicht die schwangere Belle, nicht die Kinder. Es ist einfach, es waren nicht meine Leute. Und nicht mein Humor, nicht die Situationen, die ich am Landleben schätze, die ich gerne lese, wenn ich solche Bücher lese. Und dann noch nicht meine Personen, das kann ich aufgehen. Also es ist drei Sterne. Ich muss aber sagen, was mir richtig gut gefallen hat, und das war ein Tipp von euch, das war das Hörbuch dazu. Das ist im Moment bei Spotify online. Und ich muss sagen, ich habe jetzt immer gewechselt zwischen Buch und ich habe zwischen Hörbuch gewechselt. Und das Hörbuch hat eine richtig schöne Erzählweise. Die Sprecherin macht das ganz, ganz toll. Und das hat auch, ich habe mich erst so ein bisschen gestresst gefühlt mit den ganzen Tieren und Kindern und den Situationen. Es hat mich nur noch zusätzlich gestresst. Deswegen hatte ich es auch erst mal abgebrochen. War total enttäuscht. Aber durch das Hörbuch und dazu, dass ich jetzt ja Stimmungsleserin bin und nur noch dann zu solchen Büchern greifen, wenn ich auch wirklich in Stimmung bin und nicht mehr sage, so, das Buch wird jetzt gelesen, weil das Buch ist jetzt dran mit Lesen, sondern einfach mehrere parallel laufen habe und immer dazu greife, wonach ich in Stimmung bin, habe ich es jetzt tatsächlich zu Ende gelesen. Gut, es hat mir jetzt nicht super gut gefallen, aber es sind Hexenrituals, es ist ein Hexenritual zum Beispiel drin. Ja, also es ist so, ja, es ist einfach nicht meins, aber das bedeutet nicht, dass es nicht euer sein kann. Und das Hörbuch kann ich euch tatsächlich richtig empfehlen, weil es ist toll gesprochen. Ja, für wen ist dieses Buch etwas? Für dieses Buch, da steht Vielgut-Roman. Es ist tatsächlich ein Vielgut-Roman. Also wenn ihr jetzt sagt, ich will keine großen Alltagsprobleme haben, nichts, was wirklich belastend ist, ich muss richtig abschalten oder ich habe eine Freundin, die gerne was über das Landleben liest und gerade im Krankenhaus oder so liegt, ist das das ideale Geschenkbuch auch. Also das ist wirklich, da sind keine Probleme drin, die wirklich belastend sind. Es ist nicht so, dass die finanziell zu kämpfen haben. Es ist nicht so, dass die mit Krankheit zu kämpfen haben. Gut, Bellen muss liegen, aber das ist auch nicht, dass das überdramatisiert wird oder dass es da noch zu Verwicklungen oder Komplikationen kommt. Die einzige Spannung ist halt wirklich, kommt sie mit dem, oder wie kommt sie mit dem grummeligen Nachbarn zusammen. Und das wird halt noch mit einem Hexenritual, wo Basilikum eine Rolle spielt, das fand ich eine gute Idee, wird das halt alles noch gemixt. Ihr habt Spaziergänge in der Natur. Es ist einfach ein Roman zum Abschalten, zum Wohlfühlen. Also da kann ich euch das wirklich empfehlen, wenn ihr jetzt sagt, so, Bierne bis hierhin dicht, guckt es euch an. Für wen es nichts ist, wie gesagt, das ist so eine Humorsache. Bells Humor, zum Beispiel von der Schwangeren, die ist sehr anzüglich in ihrer Wortwahl. Das bringt halt Humor rein. Dann habt ihr diese nervigen Kinder, in Anführungsstrichen. Es ist sicherlich auch nicht unbedingt was für Leute, die nicht viel mit Kindern anfangen können. Ich bin Kinder-Fan, ich liebe Kinder. Aber ich muss sagen, dass ich mit denen nicht, zumindest nicht mit Terror-Tilly, aber sie sollte ja auch den Terror ins Buch bringen, ne? Nicht nur deswegen schon der Spitzname. Und ich weiß nicht, der Jüngste heißt Pupi. Könnt ihr euch denken, warum? Und das ist einfach alles nicht mein Humor. Also, okay, Humor, das müsst ihr selber abschätzen. Wenn ihr einfach mal in das Buch reinlest, ob es euch gefällt oder nicht. Und ansonsten nicht geeignet, einfach nur, es ist eine Humorsache. Und ansonsten ist das wirklich persönliches Empfinden. Es gibt keine Triggerwarnung, nichts, wo ich sage, Vorsicht. Ja, also ich kann es euch soweit empfehlen. Guckt es euch an. So, dann kommen wir zu den ähnlichen Büchern. Und ähnliche Bücher, denke ich, ist so ein bisschen genau mein Ding. Diese Bauernhof-Idylle und dieses Landleben. Ihr wisst schon, was ich meine. Und da habe ich euch jetzt als allererstes, zeige ich euch hier jetzt Montana Dreams. Bevor ich es vergesse, weil es ja ein E-Book ist, was ich gelesen habe, irgendwie vor zwei, drei Jahren. Also so frisch ist es mir nicht in Erinnerung. Da habt ihr das Ganze ein bisschen spannend. Ich fand es ein bisschen unlogisch. Ich fand auch nicht unbedingt, dass die Trauersache gut bewältigt wurde. Aber wenn ich mich richtig erinnere, also es ist schon mit Spannung. Weil gleich in einer der ersten Szenen wird die Zwillingsschwester der Protagonistin umgebracht. Vom Onkel, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, jetzt ist die Frage, warum, wieso, weshalb. Und vor allen Dingen hat sie jetzt so ein bisschen das Bedenken, dass sie auch auf der Abschussliste steht. und flieht aufs Land. Und ja, da trifft sie dann natürlich jemanden, der eine Ranch hat und so weiter und so fort. Montana Dreams, das ist der Auftakt zu einer Reihe. Ich habe es jetzt nur Band 1 gelesen. Ich denke mal, es wird um drei Brüder gehen oder so. Ich glaube, das hangelt sich so von Bruder zu Bruder. Ja, fand ich ganz okay. Ein bisschen unlogisch, wie gesagt. Aber ich habe es ganz gerne gelesen. Ich werde auch irgendwann mir nochmal den Print holen und der wird bei mir einziehen. So, das nächste. Wenn es ein wenig historischer sein darf mit dieser Landidylle, kann ich euch diesen Liebesroman empfehlen. Es ist Wie angel ich mir einen Prediger aus dem Franke Verlag. Und der Franke Verlag ist auch eine christliche Buchhandlung. Das heißt, hier ist der Prediger wirklich Prediger. Aber es ist ein tolles Buch. Ich habe es so gerne gelesen, vor allen Dingen, weil es hier anders ist. Es spielt, steht hier hinten drauf, wann es spielt. Es spielt jedenfalls in Texas, 1885. Sie ist, oder beziehungsweise wir verfolgen den Prediger erstmal. Er wird entführt und zwar als Geburtstagsgeschenk für sie. Und ja, was soll er da tun? Und er soll, ich werde euch nicht verraten, warum sie ihn genau empführen. Das müsst ihr dann schon selber rausfinden, warum er als Geburtstagsgeschenk empführt wird, ein Prediger. Es ist jedenfalls eine süße Liebesgeschichte. Und ich fand nicht, dass der christliche Bezug zu viel war. Ich fand es einfach nur glaubwürdig für Ort und Zeit. Und es wird am Schluss auch noch richtig spannend. So, ansonsten kann ich euch noch empfehlen, Linda Liel Miller, Big Sky Wedding. Das ist eine Reihe. Das hier ist Band 5. Den habe ich gelesen, den habe ich besprochen. Ich verlinke euch den auch unten, die Besprechung dazu. Ich habe den ersten Band noch nicht gelesen, werde ich aber irgendwann nachholen. Das spielt auf dem Land. Ich konnte das aber gut lesen, obwohl es Band 5 ist und ich die davor nicht gekannt habe. Hier habt ihr Ranch. Hier habt ihr einen Schauspieler, der ein neues Leben beginnen will. Und ihr habt Pferde, Ausritte, die Sachen, die ich ja besonders liebe. Warum auch immer, habe ich ja diesen Pferdetick. Also das ist ein richtig, richtig schönes Buch, das ich euch empfehlen kann, wenn ihr auch diese, ja, wenn ihr einfach nur einen schönen Relax-Roman lesen wollt, wo auch nichts Schlimmes passiert, wo keine große Spannungskurve ist, wo ihr einfach nur das Pärchen verfolgt. Und alles, was schlimm ist in diesem Roman, ist schon in der Vergangenheit und sie müssen einfach nur noch heilen und zueinander finden. Ja, das ist dieses Buch. Und mir fällt gerade noch eins ein, das werde ich euch hier einblenden. Das ist Kronenherz. Und Kronenherz ist jetzt für Jugendliche. Ihr seid auf einem britischen Gestüt. Es geht auch ein bisschen um den Adel, weil es ein adeliges Gestüt ist. Und ja, ihr habt da unheimlich viel die Liebe zu Pferden drin. Ihr habt Ausritte mit drin. Ihr habt diese Landschaft mit drin. Ich habe mich so wohl gefühlt auf diesem Gestüt, dass ich euch das Buch absolut ans Herz legen kann. Jetzt im Herbst erscheint Teil 2. Ich weiß noch nicht, ob ich es lese, weil ich Angst habe, dass da Liebesverwicklungen kommen, die mir nicht so gut gefallen könnten. Ich mag das ja nicht, wenn dann noch ein Dritter oder so aus Spannungsgründen auftaucht. Aber gut, okay, wahrscheinlich werde ich mich ranwagen. Es ist jedenfalls ein richtig, richtig tolles, großartiges Buch. Und vor allen Dingen Pferde sind da drin. Also wenn ihr das auch gerne lest mit Pferden, ich bin, ich habe Respekt vor den Tieren, ganz klar. Ich gehe nicht einfach so an Pferd ran. Aber durch diesen Roman sind sie mir richtig noch mehr ans Herz gewachsen. Ich hatte ja schon Pferdeflüsterer und so gelesen. Aber ja, und es ist wirklich ein schöner Roman, den ich auch nicht als belastend empfand, obwohl es da eine dunkle Vergangenheit oder ein dunkler Punkt in der Vergangenheit der Protagonistin gibt. Aber es ist einfach ein schönes Jugendbuch. So, und ich denke, mit diesem Buchstipp seid ihr entlassen. Wenn ihr jetzt noch irgendetwas habt für, äh, Buchtipp, was in die Richtung vom Mühlenhof geht, was diese Landidylle hat, was ein richtiger Feelgood-Roman dabei ist, dann hinterlasst das doch bitte in den Kommentaren. Nicht nur für mich, obwohl ich mich sehr über diese Buchtipps freue, klar, weil ich das gerne, gerne lese, sondern auch einfach für alle anderen. Denkt dran, wir sind eine Community und wenn ihr den Buchtipp da drunter schreibt, äh, dann sehen das auch alle anderen, die sich gerade für diese Themen, äh, interessieren. Und ja, es ist einfach gut, wenn wir uns darüber austauschen, dass es Bücher dieser Art gibt. Mir fehlt das, dass ich, dass dieses ähnliche Bücher nicht, ähm, äh, bei Amazon ist das jetzt anders. Früher war das viel besser geregelt. Jetzt sind da so gesponserte Sachen und so weiter. Und da habe ich früher ganz, ganz tolle Buchtipps für mich, äh, bekommen, wenn ich, wenn ich geguckt habe, ah, guck mal, wenn der eine das bestellt hat, hat er das und das und das bestellt. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so themenbezogen wie früher. Deswegen bin ich auf eure Tipps auch angewiesen. Und das bin ja nicht nur ich, die auf eure Tipps angewiesen bin, äh, ja, sondern auch alle anderen. Weil, ja, irgendwie ist das ein bisschen verloren gegangen, dieses ähnliche Bücher. So, okay, dann wünsche ich euch einen wunderschönen, relaxten Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.